Die hier zu erwerbende gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im Kreis Herzogtum-Lauenburg. Die Wohnung wurde 1900 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt ist stufenlos zugänglich. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und zwei Außenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 107 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 62.500 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.